Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das Internet ist für uns alle Neuland. Das Internet ist für uns alle Neuland. Aber da geht es jetzt auch um völlig neue Fähigkeiten, nämlich die Cyberfähigkeiten. Deshalb war es richtig, ein Cyberkommando einzurichten. Das sind Illusionen, das sind Hirngespinste. Philips connect to Cupertino, California's city-run network, CityNet. An Effort to harness the information explosion, to allow the high-tech flow of facts and figures between government, business, schools and citizens. Wer immer erst Betrachtungen anstellt, das Negative sucht, die Sache nochmal beiseite legt, wenn er nichts Negatives findet und anschließend vielleicht nochmal guckt und nochmal überlegt, der hat in der Welt des 21. Jahrhunderts verloren. Computers, Databases and Consumer Electronics, designed to put vast amounts of information at users' fingertips. One of its greatest achievements appears to be as an aid in scientific research. By tapping into Internet, scientists can share knowledge with another scientist at lightning speed. Immer wieder deutlich machen, dass die Pluralität von Meinungen sehr zielführend oder auch hilfreich sein kann. Und thus widening the gap between the haves and the have-nots. Internet keeps growing, adding users and services. Promoting the information superhighway, Vice President Gore on Wednesday said he could foresee the day when a youngster just home from school, given a choice between Nintendo and the Encyclopedia Britannica, would choose to access the Encyclopedia. If that is so, that might be even a greater accomplishment than the technology. Merkel äußert sich zur Meinungsfreiheit im Internet. Hier sind wir der Meinung, dass oft sehr hart reagiert wird. Und ich werde immer wieder deutlich machen, dass die Pluralität von Meinungen sehr zielführend oder auch hilfreich sein kann für die Entwicklung eines Landes. Über 18 Jahre lang durfte ich Vorsitzende dieser großen, großartigen, stolzen, einzigen Volkspartei der Mitte in Deutschland, der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands sein. So, Moin, Moin, was nun vor einigen Tagen befürchtet wurde, ist nun eingetreten. Deutschland stimmt für den Artikel 13 und damit für den Upload-Filter. Eine Aufgabe, die ich mit Leidenschaft und Hingabe versucht habe auszufüllen. Heute, in dieser Stunde, in diesem Moment bin ich von einem einzigen, alles überragenden Gefühl erfüllt. Von dem Gefühl der große Freude. 18 Jahre lang. Herzlichen Dank. Es war mir eine große Freude. Es war mir eine Ehre. Herzlichen Dank. Applaus